Ja, und da ist schon die Einleitung versaut. So, da wären wir auch mal wieder bei Zelda Scrolls. Was heißt mal wieder? Immer noch. Und ich sehe da gerade Eisen rumliegen. So, jetzt nicht mehr. Werkt das Malari Morat sich eher an wie eine Ebola-Seuche? Anführer des Schleier-Arbes. Die unerschrockenen Gen-Morgenrot. Na gut, machen wir das erstmal als erstes. Gehen wir Gen-Morgenrot. Um es eben in Framerate zu niedrig. Na, noch irgendwo was zum Abbauen. Zum Mitnehmen, zum Plündern. Sieht nicht so aus. Na, wir haben hier hinten mit dir noch ein Buch. Was wir mitnehmen können für die Magier-Gilde. Hat sich gerade angehört wie ein Anker, oder? Die Liebende. So ist dieser. Ja, schon klar. Sehr komische Schreien. Tja, für das Malari Morat sind wir noch nicht stark genug. Und da wird das Ine-Level, was wir gekriegt haben, ja auch nicht viel nützen. Eine Händlerin. Haben wir überhaupt was zum Verkaufen? Ja, ein bisschen was. Aber trotzdem, das könnte wir ja alles, ähm, zerkloppen. Hier könnten ja überall Bücher rumliegen. Aber ein Rucksack liegt jetzt zumindest rum. Inventar ist voll, na super. Hm, für eine Katze trampelt der Chaba auch ganz schön rum. Hauptmann Landare. Gut. Quatschen mit Hauptmann Landare. Und Pyrta. Er ist der Letzte. In Ordnung. Wir werden sie finden. Aha. Gucken wir mal. Quatschen mit Schiffsflug erst mal. An eurer Stelle würde ich nicht in die Stadt gehen. Reist einfach weiter nach Ersthalt. Hm. Ich bin aber gekommen, um mit euch über die Sippenhochfürsten Estre und das Schallherbe zu sprechen. Estre, wenn ihr doch nur früher eingetroffen wärt. Es ist eine Lektion, die ich nie vergessen werde. Sie hat meine Stadt verwüstet. Wenn ihr helfen könnt, dann sprecht bitte mit Landare. Tun wir das so einfach mal. Halt! Morgenroth befindet sich mitten in einer Evakuierung. Niemand darf noch einmal hinein. Was ist denn los? Dedra. Diese arme Stadt wurde von den Bestien verwüstet. Wir konnten den Ansturm abschmettern. Aber hier herrscht immer noch großes Durcheinander. Wir müssen die Dörfler hier rausschaffen, damit wir mit den Aufräumarbeiten beginnen können. Hm. Kann ich mit anpacken. Sicher. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich wollte einen Trupp auf die Suche nach diesen Bürgern schicken. Hier habe ich eine Liste. Trefft mich am Herrenhaus in der Mitte der Stadt, sobald ihr sie finden konntet. Okay. Viel Glück da drin. Und hütet euch vor der Unheilsbrot. Sie sind wie Dedrische Ratten. Unheilsbrot. Na super. Durch die Asche. Aha. Warum haben die Dedra hier angegriffen? Das weiß nur Auriel. Morgenroth ist nur ein Versorgungshall zwischen Ersthalt und Himmelswacht. Sie ist wie jede andere Stadt in Auridon. Ich bin nur froh, dass die Sippenhochfürstin nicht hier war, als sie zuschlugen. Sie ist ein oder zwei Stunden zuvor abgereist, ehe wir die ersten Dedra sahen. Esther ist eine Verräterin, sie ist die Schleierkönigin. Nein, wirklich? Möge sie dreifach verdammt sein. Wenn sie zu solchem Verrat fähig ist, dann ist sie vielleicht auch daran beteiligt, was hier geschieht. Wiedersehen. So. Warum da immer nur lebwohl steht? Trinkschlauch brauche ich nicht. Da ist eh nur Wasser drin. Bessen Weinschlauch wäre was ganz anderes gewesen. Aber naja. So, dann gucken wir uns das mal an. Level 12. Flammenatronach. Wollte schon sagen, hier war doch nichts. Stendr, bitte bringt meinen Vater heim. Stendr wird dir auch nicht helfen. Mein armer Vater. Verdammte Dedra. Das ist gefährlich, ihr müsst verschwinden. Ich kann nicht. Ich habe Vater versprochen, auf ihn zu warten. Ich werde nicht ohne ihn gehen. Ach, schon wieder das praktisch zu überreden. So, er würde nicht wollen, dass ihr hier sterbt, während ihr auf ihn wartet. Ich, ihr habt recht. Bitte findet ihn. Sein Name ist Almion. Richtet ihr ihm aus, dass ich geflohen bin? Ja, nun hau ab. Ach, ich bin immer noch voll. So, was haben wir hier? Erster, achso, das sind die Auridan-Sehsoldaten. Unheltsbrut. Seid gegrüßt. Ach, da hinten, die kleinen. Auch sehen die süß aus. Ich kann eh nichts mehr mitnehmen. So, gehen wir mal beiseite. Almion, ne? Da hat sich das schon erledigt. Anhänger mitnehmen. Na bitte, warum kann ich jede Quest so einfach sehen? Ja, das sind so. Und sie haben die Dädra zu ihr rückgeschlagen. Wirklich? Ist es wirklich sicher? Joa, geht einfach von der Stadt nach Süden aus. Drei- und fünfmal bin ich gesegnet. Vielen Dank. Und seid ebenfalls gesegnet. Ja, hau ab, aber gebt euch auf euch acht. Oh, hier hinten ist auch noch einer. Oh, hier hinten ist auch noch einer. Bei der liebe Stenders. Hilf mir! Hm? Habt Dank. So, jetzt haben wir hier vorne noch ein Haus. Findet Fasaran. Hört sich noch was zu essen an. So, hier drüben ist noch einer. Entschuldigt mich bitte. Ich muss Ihren Ring finden. Ohne ihn kann ich nicht aufbrechen. Hm. Ihr müsst aber jetzt wirklich fort. Ihr könnt doch später wiederkommen. Nein, nein. Ihr Ring. Er ist alles, was mir noch geblieben ist. Alles, was ich von meiner Fahrer noch habe. Ich habe... Ich habe ihn nur verlegt. Wenn die Deedra euch hören, werden sie nicht mehr dazu kommen, um nach ihm zu suchen. Verdammt. Na schön, na schön. Ich gehe. Meine Fahrer. Werde ich dich je wiederfinden? Lebend findet ihr sie hier. Eher als Tod. Setze ich in Bewegung. So, damit hätten wir die Bewohner... Achso, wir sollten in die Mitte rein. Mal gucken, ob wir später gleich handeln können hier mit den Leuten. B-Wahn. Und hier hinten ist K-U-Lal. Insel der Einkehr. Ui, und hier ist noch was anderes. Hier ist noch was ganz anderes, das ich noch ganz dringend brauche. Dringend als die Quest zum Abgeben. So, zwei von drei Himmelsschaben. Schert euch um eure eigenen Belange. Ach, der ist aber nett. Ich habe gesehen, wie einige der Stadtbewohner Richtung Postenkette gingen. Wie war es? Ich habe alle befreit, die ich finden konnte. Almion, Elanis Vater, war bereits tot. Das arme Mädchen. Vielen Dank für alles, was ihr noch tun konntet. Oh, soll ich sonst noch was tun, wenn ich mal hier bin? Vielleicht. Da wäre... Hauptmann Landare. Arti Nehr, erstattet Bericht. Es sind die Daedra, Hauptmann. Sie sind wieder da. Und das in Schar... Wir wurden überrannt. Ein Glück, dass ich es überhaupt hierher geschafft habe. Wir... Arti, was ist passiert? Sie sind wieder da, Hauptmann. Die Patrouillen halten wohl nicht mehr lange durch. Verflucht sei diese Stadt. Nun, das ist nicht gut. Hm, was machen wir jetzt? Geht da raus und sucht nach unseren Patrouillen. Sie brauchen Unterstützung. Ich muss hier die Verteidigung überwachen. Möge Aurel uns alle beschützen. Na gut, dann finden wir sie mal. Rettet die patrouillierenden Seesoldaten. So. 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 Ach Mann, sieht das hier schick aus. Grüße. Ach, Grüße. Genau. Grüße auf die Füße. Ähm, ja. Hm. Sein Arsch brennt. Hat was im Furz angezündet. So, gucken wir mal, wo wir hier ein paar Soldaten finden. Grüße. Hm. 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 Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich die retten sollte. Die kämpfen noch alle. Hallo. Ach so, einfach mitkämpfen. Na ja, so kann man es natürlich auch machen. Tja, keine Gegner mehr da. Was machen wir nun? Seid gegrüßt. Also ich finde jetzt so stark sind die Unheilsbute, nur noch wieder nicht. Seid gegrüßt. Oh, wie ein Clan-Bann. So, eine 55-Rüstung. Wir haben ja sowieso eine bessere, also von daher. Ach, genau dann, wenn man mitkämpfen will, dann wird schon alles besiegt. Seid gegrüßt. Den Göttern sei Dank, ich habe euch gefunden. Huch, was willst du? Den Göttlichen sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ihr müsst Landaree finden. Sie steckt in Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Eine der Patrouillen ist zurückgekehrt, dank euch, und hat einen Höhleneingang im Nordosten gemeldet. Landaree konnte nicht abwarten. Sie hat sich einige Meere geschnappt und ist zu den Höhlen aufgebrochen. Hm, sie konnte nicht auf Hilfe warten? Sie war schon immer so. Ich mache mir Sorgen, dass sie in der Klemme steckt. Helft ihr bitte. Vielleicht könnt ihr ihr ja die Flausen austreiben. Tja, ich werde sie finden. Sei het unbesorgt. So im Nordosten, natürlich. Natürlich, wo ist... Hm, natürlich da hinten. Am anderen Ende der Karte. Natürlich, wohin sonst. Findet und betretet die Höhle. Wegschreien des Kollegs. Das hört sich schon mal nicht so gut an. Ein Kolleg ist nie was Gutes. Ein Haufen redender Politiker. Da kommt nie was Gutes bei raus. gonna sourdurch. Wo ist denn jetzt wenn es ging? Wie singt ihret?